so moin moin liebe leute und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play von timberborn und in der letzten folge haben wir hier ja so ein klein bisschen das gebiet erweitert durch fragwürdige konstruktionen aber das praktische steht bei mir im vordergrund dementsprechend praktisch ist es es funktioniert das ist schon mal sehr gut und für den rest gucken wir einfach mal und für die die letzte folge nicht gesehen haben ich weiß ich habe hier ein dreieck eingebaut der ist nach hierhin offen ich hatte hier erst so ein eckstück um darüber zu kommen dachte mir dann aber wenn ich eventuell doch noch mal hier was lang legen muss dann komme ich hier ja nicht mehr so gut ran und deshalb habe ich da jetzt ein dreieck erst mal eingebaut ein t stück sie zwar dann nicht ganz so hübsch aus vielleicht aber ich komme dann auf jeden fall hier weiter wenn ich es brauche ob das jetzt die dynamitfabrik letzte in der letzten folge frei geforscht weil mein plan ist es dann nämlich ja alles so ein bisschen auf ein level zu bringen also das hier irgendwie runter zu sprengen hier runter zu sprengen damit ich einfach mehr platz habe um sachen zu bauen das ist halt der große nachteil auf der karte man hat nicht wirklich viel fläche auf der man bauen kann wie man so sieht dafür hat man halt sehr sehr große wasserareale die halt in der dürre die felder gut bewässern alles seine vor und nachteile und durch die papierfabrik die wir in der letzten folge gebaut haben ist es jetzt hier möglich die erste große windmühle an den start zu bringen so dass wir nämlich auch in der dürre hoffentlich dann hier zum beispiel die getreidemühle weiter laufen lassen können die jetzt aktuell keinen strom hat weil die wasserräder natürlich aufgrund der dürre hier nicht funktionieren und auch hier wird dann gesprengt das heißt diese wasserräder welche wahrscheinlich einmal abbauen und ja genau abbauen und dann eine ebene tiefer wieder hinstellen und damit so hier hoch damit das dann verbunden bleibt genau das ist der plan mal gucken ob es dann funktioniert ja so läuft hier nicht achso weil feierabend ist ja es feierabend okay deshalb wird ja nicht weiter produziert dann habt ihr euch das verdient warum wird das hier nicht weiter gebaut weil keine planken da sind warum nicht hier noch planken drin oh hier fehlen noch 20 planken okay das wird auf jeden fall das projekt was priorisiert werden muss definitiv denn es sammelt sich hier langsam sehr sehr viel weizen an das muss unbedingt wieder abgearbeitet werden und ja die getreidemühle läuft jetzt auch wieder das wasser läuft wie man hier sehen kann auch über die wasserräder oder unter den wasserrädern durch deshalb kann es hier jetzt weitergehen gott sei dank mit der produktion von weizenmehl und auch der produktion von brot wie ihr seht ist hier schon ordentlich voll also so viel mehr kann hier aktuell gar nicht produziert werden tatsächlich ich habe jetzt wieder kartoffeln das heißt ich werde hier die kastanien wieder weglassen hier sind auch noch 55 gegrillte kastanien und kartoffeln werden jetzt aktuell gerade ein bisschen weniger weil natürlich erst mal produziert werden muss aber gleich wird das hier auch wieder deutlich ansteigen während die kastanien natürlich jetzt runter gehen weil ich sie nicht mehr produziere aktuell aber dann wieder wenn ich hier welche auf halde habe ich habe auch schon wieder zwei blatt papier oder zwei papier papier ist gleich voll das ist schon mal richtig cool dann kann ich nämlich das ist immer noch priorisiert genau das hier mache ich mal auf eine ebene höher und wenn da das papier voll ist dann werde ich hier die produktion oder die herstellung der mühle nämlich auftrag geben kann ich jetzt machen ich glaube weil aktuell sollte er hier noch nichts reinpacken denn das ist priorisiert über der windmühle das heißt die planken wenn sie über sind gehen sie erst in die leiter rein aber hier werden noch planken gebraucht deshalb gehen sie erst hier rein weil das am höchsten priorisiert ist okay das sollte so laufen im besten falle hierfür wisst ihr was es ist zwar sinnvoller das so zu machen aber mir gefällt das so einfach besser und da ich hier nur holzscheite brauche kann ich hier eine priorisierung reinhauen und die eben einmal loslegen lassen so wie es gerade eben hatte war es wahrscheinlich einfach praktischer aber das ist mein innerer monge bei witzigerweise habe ich das in den computerspielen habe ich das so zu hause ist so nach komm lass so aber nicht so genau dann können wir hier den auch schon mal hinstellen weil der braucht ja auch nur holzscheite und hier sollten sie aber trotzdem noch rankommen oder ich weiß es nicht so genau nee wir lassen das lieber erst mal so das will ich jetzt nicht riskieren hier schon mal acht papier drin dann ist das hier voll offensichtlich ja sehr geil mir fehlen noch 13 planken und sieben getriebe das ist auf jeden fall machbar das schlimmste haben wir definitiv schon mit 30 papier und wenn hier die 30 papiere drin sind dann wird die auch erst mal wieder pausieren definitiv ja genau damit ich energie spare einfach aber solange muss hier halt noch weiter gemacht werden ja planken sind gleich voll nur noch zwei aber zwölf das ist auch so eine sache wenn ihr auf einer map spielt wo ihr platz habt ja dann würde ich auch immer empfehlen baut eine zweite papierfabrik und baut auf jeden fall also eine zweite papierfabrik entschuldigung sägewerk zweites sägewerk und zwei eine zweite getriebewerkstatt das ist am anfang denkt man sich so kommen und auch so mit energie und so aber es macht einfach nachher so so viel mehr aus und sinn vor allem davon noch jeweils ein zweites gebäude zu bauen also ich kann es nur empfehlen weil man man braucht nachher massen an planken und getrieben und man kommt einfach mit einem von von jeder sorte überhaupt nicht aus jetzt auf der map ist es einfach so ich muss ein bisschen warten weil wir der platz noch fehlt um hier halt sinnvoll irgendwo was hinzustellen denn das problem ist ja auch immer die energieversorgung dann der jeweiligen gebäude aber wenn ihr platz habt auf einer map dann stellt euch von jedem zwei hin das macht auf jeden fall mega viel sinn weil ihr seht ja jetzt auch schon ich muss einfach ewig lange warten bis hier ja bis es hier einfach weitergeht in der zeit kann natürlich immer schön planen wo mache ich was man kann zum beispiel auch dann mal rum gucken und sehen dass man vergessen hat die wasserpumpen wieder anzustellen dann so langsam man ist noch keine gefahr sind noch über halb voll aber da macht es dann auch schon sinn immer ein auge drauf zu haben und einfach dann mal laufen zu lassen schön so jetzt sollte nämlich auch wieder so jetzt natürlich gerade nicht weil nacht ist aber danach sollte es auf jeden fall wieder weitergehen ja zum beispiel habe ich auch vergessen die priorisierung einzustellen bei den neuen und das sind dann so sachen die sieht man dann einfach noch ein bisschen gucken augen auf macht sehr geil so dann bin ich jetzt fast warte mal eventuell wo ich diese beiden kleinen häuser ah nee da wollte ich ja zwei dinge hinstellen 1 2 3 1 2 ah es passt nicht ich finde es denn passen ähm ja ok bei der holzfäller würde ich das hier stellen machen was anders das ist zwar ein klein bisschen verschwenden aber der holzfäller hierhin habe ich hier nämlich einen platz und man kann hier nachher noch eine haus mit hin ich weiß da war holz drin ich weiß da war holz drin aber wir haben es ja ne entsprechend mal kastanen ihr könnt ahorn und kiefer ahorn das ist ahorn ok dann wollen wir hier mal so eine kleine fläche ahorn machen die nicht abgeholzt wird auf jeden fall dass wir hier immer ein bisschen was überhaben an kiefern an kiefern und ahorn so das wird einfach nicht abgeholzt sondern da können sie immer wenn sie wollen ihr harz raus ziehen genau so das ist gut das lassen wir so die beiden kiefern da hinten werden auch zum sammeln benutzt optim optimal ja gut eigentlich kann ich auch nochmal weg einfach nur damit es besser aussieht schön so und dann wollte ich nämlich hier die beiden kommen dann weg kommt hier nämlich noch achso das muss ich natürlich erst weg sprengen diese obere reihe hier sonst kann ich ich wollte hier nämlich noch ein großes haus daneben setzen aber dafür muss das natürlich erst weg das heißt dafür brauche ich die dann nicht dafür brauche ich oh die mühle ist fertig cool wup wup ja so wie sieht es hier aus 30 von 30 das ist sehr gut das heißt die Papierfabrik wird erstmal pausiert denn ähm sind zwar nur Holzscheite aber ach wobei ich habe ja das große Lager da kann ich auch weiter laufen lassen muss aber nicht priorisiert ist es nicht die beiden schon das soll auch so genau das Lager genau da können wir ja Papier erstmal mit rein weil Papier brauche ich ja für Sprengstoff spätestens äh also wenn das jetzt so läuft dann lasse ich es auf jeden Fall laufen richtig ähm das Ding ist fertig das ist cool so dann können wir hier weitermachen und zwar mit dem und mit äh dem Weg noch rüber und auf die Seite kommt dann gleich die Treppe und dann ist nämlich die Sprengstofffabrik verbunden das heißt das nächste Projekt Sprengstofffabrik und dann kann Sprengstoff produziert werden und ich kann endlich ganzen kleinen Hügelchen hier äh schön wegsprengen zur Landgewinnung und auch äh natürlich den Durchgang da wo die Wasserräder stehen ähm ganz wichtig den darf ich auf jeden Fall nicht vergessen wird die Wasserräder dann hoffentlich auch bei der Dürre noch ein bisschen länger laufen und Energie machen wobei sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so wichtig sind weil ich hier halt die Mühle habe wenn sie denn Wind hat das ist auch immer noch so eine Sache aber ähm warte mal man kann doch irgendwo so ein Windfähnchen bauen oder? hier Windfang zack so bauen wir da oben hin dann können wir mal gucken wie der Wind weht wo das da überhaupt sonst wäre das echt ich glaube ich habe so ein Ding noch nie gebaut tatsächlich und ich habe echt schon ein paar Stunden in Timberborn investiert aber bisher dachte ich immer ja ähm denke ich mir jetzt auch das ist ja einfach nur so just for fun ähm wir priorisieren das mal damit die schnell fertig wird auch wenn jetzt die eine Planke dann verloren geht für die Windmühle ähm so guck mal hier auch ein bisschen was verloren dann wird noch ein bisschen dauern aber egal guck mal ich habe schon mal zwölf das ist richtig cool weil ich glaube ich weiß nicht brauche ich zwei Papier oder so für einen Sprengstoff da brauche ich sogar mehr ich weiß es gerade gar nicht genau ah mal gucken so okay äh ich muss gleich nochmal los das heißt die Folge heute wird ein klein bisschen kürzer äh das tut mir ein bisschen leid oder vielleicht mal gucken vielleicht mache ich auch noch eine zweite mit zehn Minuten hinten dran oder so aber falls ich das nicht mehr schaffen sollte sag ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen sorry dass es heute ein bisschen kürzer geworden ist ähm wir werden sehen ob ich noch was dranhänge oder nicht aber jetzt muss ich dringend los und äh dementsprechend ist hier erstmal Schluss und ich sag äh falls es nicht länger wird vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr habt Spaß und äh bis zur nächsten Folge Timmerborn macht's gut ciao ciao ciao